krankengeldanspruch im ruhestand sichern warum die teilrente als altersrente so wichtig ist mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren es ist ein wirklich wichtiges thema rente beschäftigung und möglicher krankengeldanspruch und ich habe dazu eine mail bekommen von einem herrn vom 26 juni 2024 und der schreibt folgendes sehr geehrter knöppel ich weiß ja nicht genau ob es diesen hinweis schon einmal von ihnen gegeben hat ich habe bei der dhv eine 99 99 prozent teilrente beantragt wenn man dann noch weiter berufstätig ist hat bei bezahlung des vollen krankenkassenbeitrags noch anspruch auf krankengeld bei krankheit über sechs wochen entgeltfortzahlung hinaus mir ist das jetzt bei einer op so ergangen und ich bin froh darüber vielleicht wäre dieser tipp ein kleines video wert natürlich meine damen und herren ist das definitiv ein video wert und ich kann ihn auch nur sagen meine damen und herren die altersteilrente ist wirklich wichtig um den krankengeldanspruch im ruhestand zu sichern denn viele menschen in deutschland gehen ja im alter noch arbeiten und sie beziehen eine altersrente und den verdienst aus ihrem lohn das heißt also sie sind natürlich dann auch also was heißt natürlich sie sind dann über die entsprechenden regelungen des sozialgesetzbuch nummero fünf krankenversicherungspflichtig als arbeitnehmer und bezahlen krankenversicherungsbeiträge und sie wollen natürlich diese zwei einkünfte sichern sie wollen ihren lebensstandard sichern viele von ihnen brauchen auch das geld neben der rente weil die rente einfach zu niedrig ist und dann kann es passieren wenn sie eine altersvollrente beziehen und sie werden krank und zwar länger als die sechs wochen dass dann der krankengeldanspruch einfach flöten geht erst einfach dann nicht da das krankengeld wird dann nicht gezahlt und das können sie schlicht und ergreifend umgehen ganz legal umgehen indem sie schlicht und ergreifend bei antrag der altersrente schon bestenfalls einen teilrentenantrag auf die altersrente stellen 99 99 prozent bis zehn prozent des vollrentenantrags ist die bandbreite wo geht es nicht es geht definitiv nicht bei erwerbsminderungsrenten erwerbsminderungsrentnerinnen und rentner haben kein anspruch auf die wahl ihrer rente als teilrente oder vollrente das hat bitte nichts damit zu tun dass sie eine rente wegen teilweise erwerbsminderung beziehen oder eine rente wegen voller erwerbsminderung beziehen bei der rente wegen voller erwerbsminderung wird ja die rente als vollrente gezahlt und da können sie nicht hingehen und sagen ich möchte nur 99 99 prozent teilrente als erwerbsminderungsrente haben wegen voller erwerbsminderung das geht nicht meine damen und herren noch ein hinweis ein ganz wichtiger hinweis für sie wie das funktionieren kann was ganz wichtig ist da gibt es eine entsprechende gesetzliche vorschrift im paragraf 50 sgb 5 das ist das sozialgesetzbuch für das gesetzliche krankengeld dort steht sinngemäß drin anspruch auf krankengeld haben sie nicht wenn sie eine altersvollrente beziehen ob nach oder vor der regel altersgrenze spielt überhaupt keine rolle anspruch auf krankengeld haben sie immer dann wenn sie eine teilrente wegen alters beziehen und zum zeitpunkt des bezugs der teilrente wegen alters noch keine arbeitsunfähigkeit vorliegt wenn sie aber arbeitsunfähig sind und erst danach oder im zeitpunkt der arbeitsunfähigkeit den teilrenten antrag stellen haben sie pech gehabt dann bekommen sie zwar beide leistungen nebeneinander also ihre teilrente wegen alters und das krankengeld aber die altersrente wird dann an das krankengeld angerechnet wenn sie aber eine alters teilrente beziehen und erst danach krank werden wird dann die alters teilrente meinetwegen 99 99 prozent nicht an das krankengeld angerechnet ich kann nur aus der erfahrung aus unserer rentenkanzlei und wir machen ja nicht nur rentenrecht sondern wir machen auch angrenzend auch ein paar themen in in sachen gesetzlicher krankenversicherung kann ich ihnen nur dringend empfehlen bevor sie einen altersrentenantrag stellen den sie dann auch noch als teilrente haben wollen bitte lassen sie sich zu diesem thema beraten ich sage nur ein stichwort alters teilrente und betriebsrente weil da kann es nämlich dann auch noch probleme geben aber letzten endes für die für viele von ihnen die im alter weiter arbeiten gehen also arbeitende rentner sind ist die absicherung des krankengeld anspruchs über eine alters teilrente eine wichtige sache und deswegen kann ich ihnen wirklich nur empfehlen wenn sie weiterhin zwei einkünfte haben wollen also die rente plus arbeitseinkommen oder dann wenn das arbeitseinkommen wegen krankheit wegfällt die lohnersatzleistung als krankengeld dann müssen sie über eine teilrente als altersrente nachdenken grenze zehn prozent bis 99 99 prozent näheres zu diesem thema finden sie wie immer meine damen und herren auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter nöppel